Natürlich auch sich und seine Trainer-Crew auf die Schulter klopfen, dass sie viel im Kopf gewahrt haben, aber eben auch hart gearbeitet haben, um das Team wieder auf Vordermann zu bringen. Ab geht es in diese Partie. Deuce in die Beine des Gegners oder des Mitspielers, die Top-Chance hier für Jordan. Marcini, Direktschuss, Nifle zeigt an, dass er die Maske etwas abbekommen hat. Und deswegen das Zeichen Richtung Schiedsrichter. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er schon früher wieder auf dem Eis gestanden, also bereits vor gut einer Woche, jedoch einmal zu sehen, dieser Schuss. Oh, was für ein Fehler und Simeone mit dem 1 zu 0 für den E-V-Zug. Hallo Ausserzer, hallo Lapsus bei den Lakers. Ganz klarer Bock hier hinter dem Tor passiert. Nifle überlässt Profico und der, ja, wo spielt er denn die Scheibe hin? Der will wohl eigentlich irgendwie wetterlos. Also, da ist er schon einigermaßen drin, kann man ruhig sagen, und hat zuletzt sicherlich auch eben mit dem Team mit den E-V-Zug. Und der gleiche Fehler eigentlich, aber Nando Eckenberger schafft es doch tatsächlich die Scheibe ans Außennetz. Will dann hier noch einmal. Cennoni mit dem Lapsus. Er spielt den Pass zu Geister, sieht allerdings der Eckenberger nicht kommen. Doch, er sieht ihn kommen, aber irgendwie meint er, er hat ein anderes Trikot an oder so gleich. Dich kommt dann, Dünner. Noch einmal Dünner mit dem Ausgleich. Das war jetzt der hart erdauert, aus Rappensilers Sicht. Cennoni, der sich hier wirklich glänzend wird. Am Ende ist er dann trotzdem geschlagen. Die Scheibe vors Tor gebracht, Dünner. Auch bereits mit der zweiten Möglichkeit in dieser Gesamtszene. Mit quasi letzter Kraft hieft er die Scheibe da. Über Cennoni ist bei nahe erinnern. Hoffmann, schön gut getankt. Hoffmann, 2-2-1 für den E-V-Z. 44. Minute und Gregor Hoffmann blinkt den E-V-Zug wieder in Führung mit seinem fünften Saisontor. Ja, herrlich durchgetankt. Dann Warndu vorbei und dann auch Niflau steigen gelassen. Der hat gerade gemerkt, in der Bewegung nach rechts. Jetzt, okay, das wird nichts mehr. Hoffmann hat mich. Ich bin ihm da auf den Leim gekrochen. Und ganz stark von ihm. Zehn Spiele ohne Tore. Jetzt mal wieder mit einem herrlichen... Wetter auf Moy. Moy. Wick. Schröder. Wetter. Wick. Alles sehr, sehr eng hier, Albrecht. Fünf Sekunden, ein Tor vorbei und dann steht der Kovarsch statt einem Mitspieler. Und deswegen ist das Ganze dann entschieden. Der E-V-Zug gewinnt auswärts in Rapperswil mit der 2-2-1. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.